Der OS X-Server, die Hardware eines Apple-Servers war anfangs ein X-Server mit der dazu notwendigen Apple-Server-Software, als Apple die Produktion des X-Server einstellte, wurden die verbleibenden Systeme zu Servern umgebaut, die Software dazu war ja vorhanden, dies waren dann Mac Mini oder iMac. Nun macht Apple erneut einen großen Schritt in Sachen Server-Reorganisation. Die künftigen Apple OS X-Server-Pakete verfügen primär nur noch über Tools, die das iPad und iPhone-Management vereinfachen sollten. Die folgenden Services werden in künftigen OS X-Server-Paketen nicht mehr unterstützt. Darunter sind viele Services, die täglich in Gebrauch sind, so zum Beispiel VPN, dieser Service wird in vielen KMU-Betrieben eingesetzt. Anwender, die bisher Apple-Servers wie VPN, Firewall und andere eingesetzt haben, müssen sich nach Alternativen umsehen. Apple beschreibt alternative Programme für den Ersatz. Dies hat zur Folge, dass diese Open Source oder Kauf-Lizenzen aufwendig kennengelernt und in die bestehende IT-Landschaft integriert werden müssen. Diese künftigen Probleme können mit der Gesamtlösung Alternative X, bestehend aus Hard- und Software-Elegant gelöst werden. Alternative X soll Benutzer mit bestehenden OS X-Servern künftig unterstützen, um die dann fehlenden Services weiter betreiben zu können. Die Hardware ist auf die Anforderungen hin ausgerichtet, und genügt im Clusterbetrieb auch Bedürfnissen an die Ausfallsicherheit. Die Software wird von SSEAG und LSEAG nach bestimmten Kriterien ausgewählt, um dem Kunden eine einfach zu administrierende Lösung bei optimaler Ausfallsicherheit zu geben. Dazu gehört zum Beispiel, dass das Software-Interface in Deutsch und Englisch zu bedienen ist, sofern dies möglich ist. Die Summe der nicht mehr lieferbaren Services von Apple ist so groß, dass wir uns entschieden haben Alternative X in verschiedenen vernünftigen Modulen anzubieten. Am Beispiel des Modules Alternative X Firewall sind der Einsatzzweck und Nutzen erkennbar. Die drei Schnittstellen LAN, DMZ und WAN ermöglichen vielfältige Anwendungen, so kann ein Server in der DMZ aus dem Internet durch das richtige Regelwerk genutzt werden. Dies ist ebenfalls aus dem LAN-Bereich möglich. Dieses Konfigurationsbeispiel zeigt die theoretische Lösung, die es einem Web-User verunmöglicht in das LAN einzudringen. Im Falle der Firewall setzen wir auf das Produkt oben SENS, wie erwähnt ist das Interface in Deutsch einstellbar und ermöglicht vielfältige Anpassungen an die zu schützende Infrastruktur. Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden. Auf die Apple-Entscheide hat man keinen Einfluss, man muss sich selber um eine für sich gute IT-Lösung kümmern. Daniel Schäuber und Peter Cujoni sind jedoch der Meinung, dass die Problematik mit der künftig abgespeckten Apple-Server-Software mit Alternative X abgefedert werden wird. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.alternativexch. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben. In drei bis fünf Minuten können nicht alle Spezialitäten oder Anwendungen angesprochen werden. Daher wird die Video-Eye fortgesetzt. Sollten Sie jedoch eine spezifische Frage oder Anregung an uns haben, so nutzen Sie die Möglichkeit direkt mit uns Kontakt aufzunehmen. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018